Monatsratschläge Mai Körner und Mehlspeisen Soweit man jetzt stärkemehlhaltige Speisen nimmt, sollte das Stärkemehl gut dextriniert sein. Das heißt, ca. eine Stunde bei 100 Grad Celsius im Ofen erhitzen. So bleibt die Verdauung in Ordnung. Deshalb lässt man Brot, selbst wenn es nicht mit Sauerteig oder Hefe getrieben ist, am besten ganz beiseite. Sowohl jetzt im Mai als auch in den folgenden Monaten ohne R, also auch noch im Juni, Juli und August. Ausnahmen sind Matzen, Teiggötter, Waffeln, Zwieback, Hartback, Röllchen, Keks, hefefreie Brötchen und auch einfache Obstkuchen, Kaffeekuchen, Topfkuchen und außerdem Flocken, sodass niemand an Stärkemehlmangel zu leiden braucht. Untertitelung des ZDF, 2020